Hallo ihr, das sind wir, die Knickerbocker-Bande! Axel, Liselotte, Poppy und Dominik! Unser Motto? Vier Knickerbocker lassen niemals locker! Und das ist unser neuer Fall! Wenn die Turmuhr 13 schlägt... Es war um Mitternacht in einem Park in der Stadt Graz. Ist dir auch warm genug, Babsi? Ja, Klaus, danke. Aber du frierst, du hast mir ja deine Jacke gegeben. Für dich würde ich mir auch die Zehen abfrieren. Das kannst du leicht sagen, denn die Schuhe hast du ja noch an. Mitternacht. Die Turmuhr auf dem Schlossberg schlägt nun zwölfmal. Was denn sonst? Vielleicht 13 Mal? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn! Dreizehn? Du machst einen Scherz! Nein, Babsi, ich habe genau mitgezählt. Die Turmuhr hat 13 Mal geschlagen. Oh, Quatsch! Das gibt es doch nicht! Niemals! Na ja, dann muss es wohl daran liegen, dass du mir völlig den Kopf verdrehst. Wie steht es mit dir? Wie viele Schläge hast du gezählt? Hä? Ja, ja, ja. Ach, wer ist denn das? Um diese Zeit? Hallo? Hier, Lilo Schroll. Wer stört? Ich bin es, Lilo. Poppy. Unser Motto? Äh, ja, vier Knickerbocker... Lass niemals locker. Sag mal, dich hat wohl ein Kakadu gebissen. Wieso rufst du um vier Uhr in der Früh an? Lilo, ich habe gerade etwas Wahnsinniges beobachtet. Etwas Irrsinniges. Ich kann es nicht glauben. Er war doch immer so nett. Also bitte langsam und der Reihe nach. Meine Gehirnzellen rotieren nur auf halber Geschwindigkeit. Schau, in unserer Villa lebt im Erdgeschoss mein Cousin. Er heißt Karl-Heinz und studiert Philosophie. Er ist ein Prachtkerl und wirklich nett. Aha. Und nun? Was ist mit ihm? Ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht, weil mich ein Papagei gezwickt hat. Das Vieh kann seinen Käfig allein öffnen. Und dann fliegt es durch das ganze Haus. Ich habe Mr. Flop... Hä? So heißt der Papagei. Aha. Ich habe ihn zurückgebracht und plötzlich ist Karl-Heinz zur Eingangstür hereingekommen. Ich wollte ihn erschrecken und habe mich hinter einem Kasten versteckt. Ach, Bobby. Das ist ja alles ganz nett. Aber es ist kein Grund, mich aus dem Bett zu holen. Warte mal, Lilo. Es kommt gleich. Ich bin dann zum Zimmer von Karl-Heinz geschlichen und habe durch das Schlüsselloch geblitzelt. Er hatte einen Koffer mit ihm gebracht. Der Koffer ist heruntergefallen und aufgesprungen. Er war rahmenvoll mit Banknotenbündeln. Was? Ja, Lilo. Du hast dich nicht verhört. Wo hat er das Geld her? Ich habe keinen blassen Schimmer. Du, vielleicht hat er eine Bank ausgeraubt. Na, und was soll ich jetzt tun? Hm. Behalt ihn im Auge und ruf mich morgen wieder an. Er darf aber unter keinen Umständen merken, dass du etwas weißt. Und natürlich wirst du deine Eltern informieren müssen. Okay. Am Morgen wurde Poppy zeitig munter. Und da ihr junger Bernhardiner Puffy im Garten aufgeregt bellte, zog sie sich an und lief zu ihm. Hallo Puffy. Was hast du denn? Wieso musst du dich so aufregen? War irgendwo eine Katze? Guten Morgen, Poppy. Guten Morgen, Karl-Heinz. Bist du unter die Frühaufsteher gegangen? Na ja. Ich habe eine Runde mit dem Fahrrad gedreht. Freie Sicht auf die Mandeln. Deine sind wirklich besonders schöne Exemplare. Na, war wohl spät gestern Abend. Wie kommst du auf diese Idee? Ich war um zehn Uhr in den Federn. Das geschieht exakt dreimal im Jahr. Zu so einer entsetzlichen Tat bin ich nur vor einer Prüfung fähig. Und wie ich gerade feststelle, tut mir das frühe Schlafengehen wirklich nicht gut. Ich bin wie gerädert. Wie kann man nur so lügen? So, jetzt muss ich Mr. Flop sein Frühstück geben. Äh, darf ich mitkommen? Natürlich. Gerne. Also, zu verbergen scheint er nichts zu haben. So. Jetzt habe ich alles für den Streberstadel, auch Schule genannt. Meinen Kalender noch. Hey, die Pfingstferien stehen ja vor der Tür. Übermorgen beginnen sie. Super. Wie kann ich nur auf so ein wichtiges Datum vergessen? Und hier um 7.45 Uhr noch weitere Nachrichten aus Österreich. Letzte Nacht wurde in alle Banken und Sparkassen der Stadt Graz eingebrochen. Jedes Mal gelang es den Einbrechern mit Hilfe eines Tricks, die Alarmanlage außer Betrieb zu setzen. Danach drangen sie durch eine zerschlagene Fenster- oder Auslagenscheibe in das Lokal und schweißten den Tresor auf. Die Polizei vermutet aufgrund der Spuren, dass es sich um Vollprofis gehandelt haben muss. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Wozu die Einbrüche verübt wurden, ist der Polizei ein Rätsel. Aus den Panzerschränken ist nicht eine einzige Banknote abhandengekommen. Bei diesen Bankräubern muss es sich um Typen mit Knopf im Hirn handeln. Wozu tun sie sich die ganze Arbeit an, wenn sie nichts mitnehmen? Ob dieser Karl-Heinz etwas damit zu tun hat? Lieselotte Schroll? Lilo, der Kopf ist wieder fort. Was? Ja, ich habe sein Zimmer selbst durchsucht. Nichts. Verdammt. Hast du vielleicht nur geträumt, hm? Nein, sicher nicht. Karl-Heinz ist auch so komisch. Soll ich meinen Eltern davon erzählen? Also davon rate ich dir ab. Wenn der Koffer wirklich fort ist, hast du nicht den kleinsten Beweis. Alle werden sagen, es war nur ein Albtraum und dich mitleidig belächeln. Lieselotte, ich habe schon mit Mutti geredet. Ob du nicht in den Pfingstferien kommen könntest? Hättest du Lust? Und ob? Ich komme. Aber du musst unbedingt den Rest der Knickerbocker-Bande zusammentrommeln. Das könnte unser neuerster Fall werden. Am Freitagnachmittag gab es ein Wiedersehen für die Knickerbocker-Freunde. Es war kurz vor vier, als Poppy, Axel, Dominik und Lieselotte mit Puffy auf den Schlossberg spazierten. Karl-Heinz lebt jetzt schon über fünf Jahre bei uns. Bisher ist mir noch nie etwas Kriminelles an ihm aufgefallen. Ein Mensch kann doch nicht jahrelang Theater spielen. Warum nicht? Lott und Lady Carswell aus Schottland waren 27 Jahre glücklich verheiratet. Dann hat die Lady Pat sich durchgedreht und ihren Mann verschwinden lassen. Er wurde bis heute nicht gefunden. Ich halte es für durchaus möglich, dass Karl-Heinz einen oder mehrere Bankeinbrüche in der vorletzten Nacht verübt hat. Das Geld ist doch ein klarer Beweis. Ist es nicht. Aus den Tresoren ist keine einzige Banknote verschwunden. Er muss den Zaster woanders gemobst haben. Außerdem würde es Karl-Heinz nie schaffen, ihn in eine Bank einzubretten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ungeschickt er ist. Vor kurzem wollte er ein Bild in seinem Zimmer aufhängen. Dabei hat er ein faustgroßes Loch in die Wand gestemmt. Hey, schaut mal. Beim Urturm wird etwas für das Fernsehen gedreht. Los, das will ich aus der Nähe sehen. Psst, still Puffy. Entschuldigen Sie. Ich hoffe, Puffy hat die Aufnahme nicht gestört. Nein, nein, wir sind ohnehin fertig. So, wir drehen jetzt im Turm weiter. In der Nacht hat jemand eingebrochen und etwas am Uhrwerk verstellt. Wozu das? Das ist allen ein Räbsen. Dürfen wir mit hinein? Von mir aus, warum nicht? Puffy lasse ich aber lieber draußen. Ich binde ihn an der Bank fest. So, freu ich ihn vor. Zehn Minuten später traten die Knickerbocker-Freunde wieder ins Freie. Etwas Auffälliges ist da drinnen wirklich nicht zu entdecken. Bis auf einige punte Papierschnitzel. Sie sehen wie die Abrisse von Eintrittskarten aus. Leider steht nichts drauf. Puffy, er ist nicht mehr an der Bank angehängt. Was? Jemand hat ihn losgebunden. Da drüben läuft er, die. Ja. Ein Mann in einem blauen Overall. Ich verfolge ihn. Schluss. Puffy. Puffy, Puffy. Keine Angst, Puffy. Axel ist ein toller Läufer. Der holt den Mistkerl sicher ein. Lassen Sie den Hund los. Er gehört uns. Puffy, Puffy, fast. Das würde viel. Hält das alles nur für ein lustiges Spiel. Puffy, Puffy, hier. Stell, Platz, sitz. Bravo, Puffy. Er hat sich hingelegt. Und der Mann ist über ihn gestolpert. Jetzt rennt er, der elende Hundedieb. Aber Hauptsache, wir haben Puffy wieder. Puffy, mein Puffy. Hey, Axel. Wieso starbst du dem Bauner so dämlich nach? Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Er ist unheimlich hässlich. Seine Nase ist eingedrückt. Und auf der Wange hat er drei dicke, rote Narben. Ein echtes Narbengesicht. Am Pfingstsamstag saßen die drei Knickerbocker, Poppys Eltern und Karl-Heinz, auf der Terrasse der kleinen Villa und frühstückten. Fährst du über die Feiertage nach Hause, Karl-Heinz? Ich möchte gerne. Bei diesem Wetter haben die Eltern im Restaurant sicher hochbetrieben. Eine helfende Hand können sie bestimmt gebrauchen. Schaffen Sie es nicht, allein das Geschirr zu zerschlagen? Da. Nein, nicht. Jetzt hast du mir einen Löffel Marmelade in den Kakao gerührt. Das war die Antwort. Karl-Heinz, kommst du morgen oder übermorgen in den Tierpark mit? Ich fahre mit Poppys Freunden hin. Karl-Heinz? Was hast du denn? Karl-Heinz! Karl-Heinz! Entschuldigt mich, bitte. Also, manchmal verstehe ich ihn nicht. Was hat er denn auf einmal? Wahrscheinlich sollte er vor einer halben Stunde seine neue Freundin anrufen und hat darauf ganz vergessen. Ich, ähm, ich komme gleich wieder. Und was ist jetzt mit Lilo? Lieselotte fand den jungen Mann in der Küche, wo er neben einem kleinen Radioapparat saß und angestrengt lauschte. Hey, was tust du? Stehst du auf Blasmusik? Pssst! Tut mir leid. Unsere nächste Platte entführt uns in die Schweizer Berge. Dort hören wir ein Alphorn-Trio mit der Gamsbart-Melodie. Also, Alphorn habe ich mir anders vorgestellt. Herr Hahn, meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die Verwechslung der Schallplatten. Du, Karl-Heinz, du, sag, also, 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 das fass ich nicht. Der rennt einfach weg. Wo ist denn Karl-Heinz jetzt hin? Ja, das würde ich auch gern wissen. Hey, das Garagentor. Hört ihr es? Das bedeutet, er holt sein Fahrrad aus der Garage. Hey, Poppy, habt ihr noch ein Fahrrad für mich? Ja, ja, sicher. In der Garage? Ja. Dann verfolge ich ihn. Bis später. Ciao. Hey, Axel, wo warst du denn so lange? Karl-Heinz ist bis jetzt kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Was? So? Ja, glaubt es oder glaubt es nicht, aber Karl-Heinz scheint süchtig zu sein. Was? Rauschgift? Nein, Mineralwasser. Mineralwasser. Da hat er in neun verschiedenen Kaffeehäusern und Restaurants ein Glas Mineralwasser bestellt. Einen Schluck davon getrunken, bezahlt und ist dann weitergefahren. Nein. Außerdem scheint ihn auch die Schreibwut gepackt zu haben. Insgesamt hatte er 24 verschiedene Ansichtskarten von Graz erstanden. Nein. Aber nicht etwa bei einem Kiosk, sondern bei 24 verschiedenen. Was? Weiters hatte für heute Abend eine Karte für die Oper, eine für das Theater und zwei für verschiedene Kinovorstellungen, besorgt. Keine Ahnung, wie er das vereinbaren will. Unfassbar. Karl-Heinz hat keinen kleinen Vogel, sondern einen Auerhahn im Kopf. Mindestens. Ich schlage vor, wir überwachen Karl-Heinz von nun an rund um die Uhr. Wir müssen herausfinden, was er vorhat und für wen er arbeitet. Und wer wird die erste Nachtschicht schieben? Immer der, der fragt. Am Abend befestigte Lieselotte eine dünne Schnur an der Türschnalle zu Karl-Heinz Zimmer. Die Schnur führte direkt in ihr eigenes Zimmer, das gleich nebenan lag. Dort knotete das Mädchen das andere Ende an einem Sesselfest. Kurz nach Mitternacht passierte es. Der Sessel. Er ist umgefallen. Karl-Heinz muss seine Tür geöffnet haben. Er macht eine nächtliche Tour. Ich muss ihm nach. Da ist er. Er schleicht zur Haustür hinaus. Aber mich schüttelt er nicht ab. Karl-Heinz holte sein Fahrrad aus der Garage und radelte los. Ungefähr 50 Meter hinter ihm fuhr Lieselotte. Wo will Karl-Heinz denn nur hin? Außerdem muss er spinnen. Er fährt bei roten Überkreuzungen und missachtet jede Stocktafel. Der ist ja wahnsinnig. Jetzt biegt er in eine Sackgasse ein. Ich werde absteigen und ihm nachschleichen. Weit fahren kann er hier ja nicht. In der Gasse parkt ein riesiger Lieferwagen mit aufgeklackter Laderampe. Aber, aber da sind ja Menschen drinnen. Sie stehen alle wie Schaufensterpuppen da. Stocksteif und starr. Eigentlich müssten schon alle da sein. Nein, Karl-Heinz fehlt noch. Er geht jetzt gerade die Laderampe hinauf. Aber da kommt ja noch wer. Ein Mann mit Gamsbarthut. Und eine kleine zarte Frau im Jogginganzug. Ja, nun sind wir vollzählig. Frasto, schließe die Klappe. Wir können beginnen. Mach ich, Boss. Dieser Frasto ist doch der Mann mit dem Narbengesicht, der Puffy entführen wollte. Na klar, Axel hat ihn genau so beschrieben. Unter anderem, sein Boss ist ein hageres Männchen. Was machen die beiden nur? Ungefähr zehn Minuten später senkte sich die Laderampe wieder. Lilo war hinter einer Litfaßsäule in Deckung gegangen und beobachtete von dort, was nun geschah. Jetzt kommen alle im Gänsemarsch wieder heraus. Sie tragen schwarze Plastiktüten. Was ist denn da nur drinnen? Ich muss Karl-Heinz irgendwie abfangen und seine Tüte abnehmen. Aber wie? Es läuft alles bestens und nach Plan. Wir haben schon mehr als die Hälfte umgetauscht. Boss, das macht Ihnen keiner so schnell nach. Keiner. Ihr Trick ist wirklich eine Wucht. Frasto nenne mich nicht ständig Boss. Ich glaube nicht, dass der schwarze Mönch das gerne hört. Schließlich ist er der Boss. Karl-Heinz? Das ist Karl-Heinz. Er radelt die Straße hinauf. Sobald dieser Frasto und dieses kleine Männchen sich wegdrehen, nehme ich die Verfolgung auf. Karl-Heinz radelt wie ein Wahnsinniger. Aber was will er in diesem Hotel? Wie heißt es? Hotel Wuster. Aha. Er nimmt sich ein Zimmer? Zum Glück ist die Eingangstür aus Glas. So kann ich ihn wenigstens beobachten. Guten Abend, mein Herr, bitte. Guten Abend. Sie wünschen? Was kann ich für Sie tun? Wohnt bei Ihnen eine Frau Klausburger? Clara Klausburger? Wer soll denn das sein? Der Name ist mir nicht geläufig, aber ich bin auch nur der Nachtbottier. Ich werde gleich einmal nachsehen, was mir mein Kollege aufgeschrieben hat. Klausburger, Klausburger. Karl-Heinz hat ihn mit einem Kummiknüppel niedergeschlagen. Der dreht ja durch. Jetzt schnappt er sich einen Schlüssel und läuft in den Raum hinter der Rezeption. Karl-Heinz öffnet den Hotel-Safe und nimmt das gesamte Geld heraus. Er zählt es und legt es zur Seite. Und nun nimmt er... Er nimmt Geld aus dem schwarzen Plastiksack und legt es in den Seef. Er tauscht es aus. Das würde bedeuten... Na klar, jetzt weiß ich, was er da macht. Aber wenn ich jetzt schon unterwegs bin, will ich auch noch rauskriegen, was diese Gauner sonst noch vorhaben und wieso er bei dieser Bande ist. Als Lilo zu der Sackgasse zurückkam, in der sie den Lieferwagen entdeckt hatte, erlebte sie eine Überraschung. Was tun die da? So komm schon, du blöder Köter. Hinein in den Wagen, mach schon, lass dich nicht so ziehen. Vorsicht, Frastor, sonst beißt dich noch einer. Halt sie mir bitte keine Vorträge, sondern helfen sie mir. Binden sie die Tiere im Wagen an. Frastor, es fehlen noch drei unsere Freunde. Wir müssen achten, wenn sie zurückkommen. Die... die stehlen ja Hunde. Im Hof befinden sich viele Hundezwinger und sie holen die Hunde heraus. Aber wem gehört dieses Haus? Da ist eine Tafel. Tierpension, Mops und Miets. Ob der Besitzer hier ist? Aber er müsste doch längst aufgewacht sein bei diesem Krach. Ach, ich läute jetzt einfach an. Dieser Frastor und sein Kumpel dürfen mich nur nicht sehen. Das ist das Wichtigste. Wie heißt der Leiter der Tierpension? Klaus Sechser. Wer? Wer ist da? Bitte machen Sie auf, Herr Sechser. Schnell, schnell. Ich heiße Liselotte Schroll. Was willst du? Es ist fast zwei Uhr in der Früh. Jemand versucht, ihre Tiere zu stehlen. Hören Sie das denn nicht? Wie? Was? Mein Schlafzimmer geht auf die andere Seite hinaus. Und außerdem habe ich zwei Schlaftabletten geschluckt. Aber, aber wenn das so ist, muss ich sofort etwas tun. Kesi, was treiben Sie da? Lassen Sie sofort die Tiere los. Ich rufe die Polizei. Ich dachte, der Typ ist heute nicht da. Das dachte ich auch. Aber wir haben uns geirrt. Los rein in den Wagen und weg. Halt! Halt! Es sind doch noch Hunde im Wagen. Sie dürfen sie nicht mitnehmen. Wer weiß, was Sie damit vorhaben. Vielleicht fangen Sie die Tiere und verkaufen Sie ein Labor aus für Tierversuche. Ich, ich muss sie losbinden. Halt, Mädchen, bist du verrückt? Du kannst doch nicht auf den Wagen springen. Vorsicht! Scheiße. Oh nein. Jetzt ist das Mädchen in dem Lastwagen eingeschlossen. Und wie, wie bist du wieder rausgekommen, Lilo? Ja, der Wagen ist bald daraufhin stehen geblieben und die Laderampe hat sich geöffnet. Ich habe aussteigen können und mich sofort versteckt. Danach bin ich noch zur Tierpension und habe Herrn Sechser gesagt, dass ich frei bin. Er wollte gerade die Polizei benachrichtigen. Und die Hunde? Na, die sind mit mir ausgestiegen und ich habe sie zurückgebracht. Guten Morgen, Sissi. Schaut, das ist meine jüngste Katze. Oh, die ist so sanft und lieb. Ich glaube, wir sollten unsere Beobachtungen jetzt auch der Polizei sagen. Karl-Heinz ist ein brutaler Gauner. Aber das kann ich einfach nicht verstehen. Lilo, ich habe gerade kombiniert. Was? Der große Tag des Jahres ist da. Professor Dominik denkt. Ha, ha, ha. Du bist nur neidig, weil du nicht denken kannst. Witzig. Aber ich habe den dringenden Verdacht, dass Karl-Heinz gefälschte Banknoten gegen echte austauscht. Das würde erklären, wieso bei den Bankeinbrüchen nichts verschwunden ist, warum er nutzloses Zeug kauft und mit großen Banknoten bezahlt und wieso er Geld in Hoteltresore legt. Exakt, Dominik. So ist es. Hey, deine Sisse hat mich gekratzt. Ich blute. Lilo, du hast sie gegen den Strich gestreichelt. Das mag sie nicht. Weißt du das nicht? Äh, oh ja. Ja. Frühstück, Kinder. Kommt, beeilt euch. Wir fahren dann gleich in den Tiergarten. Axel? Axel? Hast du nicht auch das Gefühl, Lilo ist irgendwie verändert? Sie hat so ein merkwürdiges Zucken um den Mund. Komisch. Im Tierpark, der rund um ein altes Schloss angelegt war, führte Poppy ihre Knickerbocker-Freunde gleich zum Gehege des Geparden. Schaut, dieser Gepard ist hier geboren. Das gilt als Sensation. Haha, aber bitte, warum steht in diesem Käfig ein Skilift? Fahren Geparden gerne Ski oder wie? Nein, das ist der Futterlift. Durch dieses Gerät kann der Gepard auch in seinem Gehege auf Beute fangen gehen. Wie in freier Wildbahn. Ach so. Siehst du den Bügel? Mhm. An ihm wird ein Stück Fleisch befestigt. Dann setzt sich der Lift in Bewegung und der Gepard versucht sein Futter zu erwischen. Dabei macht er viel Bewegung, was für diese schnelle Raubkatze sehr wichtig ist. Aha. Im Augenblick macht der Gepard aber einen sehr faulen Eindruck. Das täuscht. Er wartet bereits auf sein Futter. In einer halben Stunde ist Fütterung. Lieselotte, was hast du? Ist dir schlecht? Äh, wieso? Du, du hast so ein komisches Zucken im Gesicht. Nein, mir ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Mir ist nach Spaß zumute. Jetzt werde ich den faulen Katzen ein bisschen Bewegung verschaffen. Lilo, bist du? Lilo hat sie nicht. Kommt vom Gitter herunter. Sie will in den Käfig der Skilfaden klettern. Lilo, spinnst du? Lilo, was soll das? Lieselotte kommt sofort zurück. Die Tiere kennen nur ihren Tierpfleger. Sie werden dich anfallen. Sie ist so weit durchgedreht. Nun geht sie auf den Geparden zu. Sie geht gegen den Wind. Deshalb haben sie die Tiere noch nicht gewittert. Ich hole Hilfe. Ich kann nicht zusehen. Der Gepard ist erwacht. Er hat Lieselotte entdeckt. Nein, er schläft weiter. Zum Glück. Axel, in diesem Gehege gibt es noch andere Geparden. Ich sehe nur drei. Es leben aber sechs hier. Dort, hinter dem Busch, ist sicher auch einer. Er wird Lilo gleich anfangen. Lieselotte, Vorsicht! Neben dir! Ein Tierpfleger. Das ist ein Tierpfleger. Er zieht Lieselotte aus dem Gehege. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen, Lieselotte? Was sollte das sein? Eine Mutprobe? Für mich war das ein Beweis von Gehirnerweichung. Zum Glück hatte ich der Pfleger rechtzeitig bemerkt. Noch ein paar Schritte und einer der Geparden hätte die Geduld verloren und die schwer verletzen können. Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung warum. Ich meine, es war wie ein Traum. Ich musste... Lieselotte, ich kann die Verantwortung für dich nicht länger übernehmen. Ich werde deine Eltern anrufen und verständigen, dass sie dich abholen sollen. Bitte. Bitte verstehen Sie. Ich bin ein bisschen durcheinander. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Außerdem sind mein Vater und meine Mutter unterwegs. Dann wirst du ab heute unser Haus nicht mehr verlassen. Ach, dieser Stau. Ich halte das nicht mehr aus. Keine Sorge, Lilo. Meine Mutter gehört zur Macke. Super ängstlich. Aber sie beruhigt sich schnell. Besuchen Sie den Rummelplatz mit Discoautodrom, Geisterbahn, Skis, Wudenspielhalle und Hochschaubahn. Was ist denn? Wieso bist du plötzlich so weiß um die Nase? Der Wagen. Der Wagen mit dem Lautsprecher. Was ist mit dem? Der Fahrer ist das Narbengesicht. Und das hagere Männchen mit dem Spitzbad daneben? Das ist der Kerl, zu dem er immer Boss gesagt hat. Mama? Mama, dürfen wir am Nachmittag auf den Rummelplatz? Rummelplatz? Na ja, gut. Aber nur, wenn ihr mir auf Lieselotte aufpasst. Machen wir. Sie darf nur auf dem Babykarussell fahren. Ha, ha, ha. Wo fahren wir als nächstes? Was haben wir eigentlich noch ausgelassen? Die Hochschaubahn und das Geisterhaus. Von denen habe ich hier noch keine Fahrkarten. Hey, was ist denn, Lilo? Ist das was mit den Fahrkarten? Ja. Im Urturm habe ich doch bunte Papierschnitzel gefunden. Ja. Das waren die Abrisse von diesen Karten. Kein Zweifel. Sie haben die gleiche Farbe gehabt und waren aus dem gleichen harten Papier. Das bedeutet, die 13-Uhr-Tumschläge haben auch etwas mit dem Geldfallschau zu tun. Ja. Aber was? Hä? Der Mann mit den Narben im Gesicht. Da drüben. Er läuft in das Spukschloss hinein. Das ist die Geisterbahn. Sollen wir eine Fahrt damit machen und uns ein bisschen umschauen? Klar. Da kann doch nichts geschehen. Axel und Lilo bestiegen den ersten Wagen, der sie sofort unter lautem Geknatter in das Reich der Geister entführte. Poppy und Dominik saßen im Wagen hinter ihnen. Poppy drückte sich eng an Dominik, der wie ein Held seinen Arm um ihre Schultern gelegt hatte. Allerdings tat er das vor allem deswegen, um sich selbst ein wenig festhalten zu können. Ach, Zombies! Zombies fliegen auf uns zu! Alles nur Stoff und Plastik. Der Henker hat noch mal gegriffen! Papiere von rechts! Spinnen von links! Spinnennetze! Spinnennetze! Eines hat mich gestreift! Es ist nass und kalt! Wie eine Riesenspinne kommt auf uns zu! Oh nein! Die Geisterbahn ist stehen geblieben! Was soll das? Lilo! Axel! Keine Antwort! Was war das? Wenn du mich fragst, gehört das alles zum Spuk dazu! Ich glaube, der Stopp ist nichts Außergewöhnliches! Na bitte! Es geht schon weiter! Und es ist nichts geschehen! Ah! Da! Da! Der bucklige Mann hat seinen guten Sandkopf abgenommen! Er schafft! Wir sind wieder im Freien! Gruselig war das! Echt gruselig! Aber wo sind Axel und Lieselotte? Die beiden müssen vor uns aus dem Geisterschluss gekommen sein! Ja! Ich wette, sie verstecken sich, um uns zu erschrecken! Komm! Wir gehen sie suchen! Doch die Suche blieb erfolglos! Ob ihnen etwas passiert ist? Die Funkgeräte! Axel hat doch einen Apparat bei sich! Ja, genau! Und ich habe den zweiten! Da! Damit werden wir Axel anfunken! Aber nicht da, sondern hinter der Würstchenbude! Damit uns niemand belauscht! Hier, Dominik! Axel, bitte melden! Nichts! Wieso antwortet er nicht? Sein Gerät ist sicher eingeschaltet! Ich fürchte, da ist etwas geschehen! Der Mann mit dem Nagengesicht! Vielleicht hat den beiden etwas getan! Oder so! Sollen wir die Polizei verständigen? Ich versuche es noch einmal! Dominik ruft Axel! Bitte melden! Wieder nichts! Was jetzt? Dominik! Dominik! Das ist Axel! Dominik, wir sind eingesperrt! In einem Sarg! Hilfe! Neben dem Skelett! Ganz oben in der Geisterbahn! Wir kommen nicht heraus! Helft uns! Axel! Wir verständigen die Polizei! Es ist so gefährlich für uns, in die Geisterbahn zu gehen! Dominik! Bleibt ruhig! Wir sind draußen aus dem Sarg! Wir müssen jetzt nur den Ausgang aus der Geisterbahn finden! Sag zu keinem Menschen etwas! Wir treffen uns bei der Würstchenbude! Nein! Hinter der Würstchenbude! Was? Was soll das? Da, da sind wir wieder! Ja, endlich! Was war? Ich, ich habe geglaubt! Ich muss ersticken! Ja! Wie seid ihr überhaupt in den Sarg gekommen? Als die Geisterbahn stehen geblieben ist, war plötzlich der Mann mit dem Narbengesicht neben unserem Wagen! Er hat uns eine Pistole vor die Nase gehalten und uns gezwungen auszusteigen! Anschließend hat er uns etwas zugeflüstert! Haltet euch da raus! Lasst euch da seine Lehre sein! Oder so ähnlich! Plötzlich ist hinter uns ein Deckel eines stehenden Sarges aufgeflogen! Der Mann mit dem Narbengesicht hat uns hineingestoßen und den Deckel zugeknallt! Von außen muss er ihn dann irgendwie verriegelt haben! Es war auf jeden Fall die Hölle! Der Sarg hat sich nicht mehr geöffnet, wenn ein Wagen vorbeigefahren ist! Das Skelett, das drinnen ist, hat aber trotzdem mit seinen Plastikknochenhänden gewackelt und mir jedes Mal eins auf den Schädel gegeben! Ah! Und wieso seid ihr jetzt doch rausgekommen? Keine Ahnung! Kurz nachdem wir mit euch gefunkt haben, ist der Deckel von alleine aufgesprungen! Entweder haben wir den Mechanismus durch Zufall gefunden, oder es hat uns jemand freigelassen! Hey, Mike! Hast du gerade vorhin vier Kinder hier herumstreuen gesehen? Die Stimme! Die Stimme gehört dem Narbengesicht! Nee! Was für Kinder! Wir sind hunderte Kinder! Ach, vergiss es! Die suchen uns! Ich will sofort heim! Nein! Jetzt sind wir endlich nah an der Lösung! Jetzt will ich mehr wissen! Axel und ich, wir verfolgen jetzt das Narbengesicht! Okay! Ihr wartet hier, okay? Das Funkgerät schalten wir euch auf Sprechen! So könnt ihr alles mithören! Gut! Falls wir in Gefahr kommen sollten, holt sofort die Polizei! Machen wir! Das Narbengesicht schlenderte zu einem verbeulten, alten Wohnwagen und verschwand in seinem Inneren. Fredo, der Mann, der heute weiß, was morgen sein wird, war auf die Außenwand mit violetter Farbe gepinselt. Lilo und Axel kauerten sich unter ein offenes Fenster und konnten nun genau hören, was drinnen geredet wurde. Wieso hast du die vier nicht schnappen können? Ich hatte zwei. Die sind wieder entwischt. Keine Ahnung wie. Und jetzt sind sie alle vier weg. Ich habe gesehen, wie sie den Platz verlassen haben. Wieso lügt er plötzlich? Die Segeuren dürfen uns nicht dazwischen funken. Reg dich ab! Morgen Abend sind wir schon über alle Berge. Wenn alles klappt. Der schwarze Mönch hat von einem neuen Plan gesprochen, wie wir das Zeug ins Ausland transportieren können. Wann findet das Treffen statt? Mitternacht. Wie immer. In der Ruine Krähenfels. In der schwarzen Halle. Ich durchsuche den Platz jetzt gleich noch einmal nach den Kindern. Wenn ich sie finde, werde ich sie genauso behandeln wie das Mädchen mit den Zöpfen. Das bin ja ich. Was hat der Kerl mit mir gemacht? Schnell weg! Er kommt heraus! Die Knickerbocker-Bande hielt es für besser, den Rummelplatz schnellstens zu verlassen. Auf der Heimfahrt im Autobus überlegte diese Lotte, was dieser Fredo gemeint haben könnte. Es handelte sich bei ihm zweifellos um niemand anderen als das hagere Männchen mit dem Spitzbart. Da das Superhirn zu keinem Schluss kam, meinte Lilo schließlich. Heute um Mitternacht könnten wir diesen Fall gelöst haben. Wir müssen dazu nur die Ruine Krähenfels, sagen wir, besuchen. Lilo, das ist zu gefährlich. Wir sollten unseren Verdacht der Polizei erzählen und den Rest ihr überlassen. Warum? Passt auf. Ich habe selbst gehört, dass dieser Fredo etwas mit mir gemacht hat. Ja. Erinnern kann ich mich aber an nichts. Heute Nacht muss ich herausfinden, was diese Gauner mit mir angestellt haben. Stellt euch vor, den Männern gelingt die Flucht, dann schwebe ich vielleicht in Lebensgefahr. Oder sie werden geschnappt und rücken mit dem Geheimnis nicht mehr heraus. Ruhig, Lilo, komm. Das wird schon wieder. Wir, wir helfen dir. Wir machen das alles gemeinsam. Aber wo befindet sich diese Ruine Krähenfels eigentlich? Naja, mit dem Auto fährt man fast eine Stunde hin. Oh, dann können wir die Sache wahrscheinlich vergessen. Mit dem Fahrrad ist es ja dann eine Weltreise zu dieser Ruine. Naja, wisst ihr, eine Tante von mir hat ganz in der Nähe ein Winzerhaus. Und sie würde sich bestimmt über unseren Besuch freuen. Meinst du? Sicher, wie ich sie kenne, holt sie uns sogar von Graz ab. Mit dem Auto. Na, dann ruf sie sofort an. Gesagt, getan. Poppys Tante Angelika war tatsächlich sofort bereit, die Kinder zu holen. Poppys Mutter war erleichtert, da sie die Weinberge für eine sehr erlebnisarme und ungefährliche Gegend hielt. Sie ahnte ja nicht, dass die vier Knickerbocker gegen elf Uhr in der Nacht heimlich aus dem Haus schlichen und sich auf den Weg zur Ruine Krähenfels machten. Bald hatten sie das alte Gemäuer erreicht. Tante Angelika hat gesagt, dass sich rund um das alte Schloss im Moor befindet. Also, ich habe keine Lust, hier zu versinken. Du brauchst keine Angst zu haben, Poppys. Erstens haben wir alle Taschenlampen mit und können den Weg genau ableuchten. Und zweitens stehen wir auf der ehemaligen Zufahrt des Schlosses. Die haben die Leute früher auch benutzt. Da versinkt man nicht. Ah, mir ist kalt. Ich bin schon durch und durch nass. Naja, also dann auf in die Ruine. Zum schwarzen Ruin. Wer auch immer das ist. Wir müssen unbedingt immer zusammenbleiben und genau auf den Weg achten. Okay? Okay. Da ist eine alte Steinterrasse mit großen Flügeltüren. Ja. Die ins Haus führen. Sollen wir da hinein? Ja, warum nicht? Ich glaube nicht, dass das in die schwarze Halle ist. Dieser Raum war früher einmal gelb. Da sind noch Tapetenreste am hinbinden. Dort drüben, an der langen Wand, da sind zwei Türen. Wir sollten einmal nachschauen, wohin sie führen. Hoffentlich ist er pünktlich. Ich habe keine Lust, da drinnen zu warten. Psst! Sie kommen! Was ist, wenn uns die hier herinnen entdecken? Los! Hinter den Schuttberg! Schnell! Und Taschenlampen aus! Da wären wir. Ich bin gespannt, weil sie sich ausgeladet hat. Die beiden sind im Raum nebenan. In der Wand ist ein Loch, so groß wie ein Fußball. Da können wir durchschauen und sie beobachten. Ich glaube nicht, dass sie uns sehen können. Komm, wir schleichen uns an. Wow! Ein schwarzer Raum! Gespenstisch sieht er aus. Aber das Gewölbe wirkt auch sehr brüchig. Psst! Es ist bereits zehn nach Mitternacht. Wo bleibt der Mistkerl? Ein Mönch mit einer schwarzen Kutte. Mit einer großen Kapuze. Doch unter der Kapuze waren nur zwei große, helle Augenhöhlen zu erkennen. Der Mönch besaß aber weder eine Nase noch einen Mund, sondern nur einen Rüssel. Reg dich ab! Das ist nur eine Gasmaske! Ihr miesen Versager! Hören Sie, das ist alles nicht unsere Schuld. Ihre Idee ist nicht gut. Bleiben Sie, wo Sie sind, Versager! Ich schieße nicht gern um Mitternacht. Sie haben gesagt, dass der Besitzer der Tierpension fort sein wird. Wieso war er doch da? Unwichtig! Wir brauchen die Hunde nicht mehr. Die Idee von mir war gut, dass die Köder das Geld in kleinen Päckchen um den Holz gebunden bekommen und damit über die Berge ins Ausland laufen. Ich hätte sie dazu schnellstens abrichten können. Was, äh... Was planen Sie jetzt? Darüber werde ich Ihnen aber keinerlei Auskunft erteilen. Auf jeden Fall erwarte ich Sie morgen in Jugoslawien. Sollte der Wind nicht günstig sein, werde ich mich verspäten. Warten Sie dann auf mich! Was gibt uns die Sicherheit, dass Sie nicht mit dem ganzen Geld abhauen? Die Druckplatten, ihr mieses Schmalspur, Gernofen? Glaubst du, die überlasse ich euch? Ich kaufe sie für euer Honorar zurück. Ihr habt genug damit gefälscht. Heißt das, unsere Zusammenarbeit ist beendet? Das heißt es. Und nun will ich den Rest des ungetauschten Geldes. Da, in den Taschen, ist es. Danke. Er ist fort. Weg! Dieser wahnsinnige schwarze Mönch bringt die Ruine zum Einstürzen. Hinaus! Raus! Axel! Poppy! Dominik! Los! Im verfallenen Schloss war wieder Stille eingekehrt. Durch den Schuss schien der schwarze Mönch nur die eine Halle zum Einsturz gebracht zu haben. Der Rest der Ruine war unversehrt. Der wollte seine Helfer umbringen. Er wollte sie loswerden. Wir müssen den beiden helfen. Vielleicht leben sie noch. Dominik, Poppy! Ihr rentt los und holt die Polizei und die Rettung. Axel und ich gehen wieder in die schwarze Halle und suchen das Narbengesicht und den Spitzbart. Okay, machen wir! Ist schon klar, machen wir! Axel! Da! Der Mann mit dem Spitzbart! Er liegt da und hat eine Wunde am Kopf. Sie blutet stark. Lebt... Lebt er? Ja! Er atmet. Zieh dein Hemd aus und mach einen Druckverband. Bitte! Sonst verliert er zu viel Blut. Hilfe! Hilfe! Das Narbengesicht! Seine Beine sind unter einem Haufen von Steinen eingeklemmt. Ich... Ich komme schon! Ich werde sie befreien! Mädchen! Mädchen! Lass das! Setz dich hin! Hör mir zu! Ich habe euch doch gewarnt. Wieso seid ihr gekommen? Weil echte Knickerbocker niemals lockerlassen. Seien sie froh, dass wir die Warnung nicht ernst genommen haben. Wären wir nicht hier, könnten wir auch keine Hilfe für sie holen. Die Rettung ist sofort da. Die Polizei aber auch. Das ist schon gut so. Ich bin nämlich keiner von denen. Ich habe keine Angst darüber. Aber jetzt pass auf. Ich muss dir etwas erzählen. Falls mich meine Kräfte verlassen, wirst du der Polizei dann alles mitteilen. Was denn? Ich... Ich bin kein Ganove. Ich war es einmal. Vor langer Zeit. Damals war ich selbst einmal ein Helfer des Schwarzen Mönchs. Wer ist unter dieser Verkleidung? Ich weiß es bis heute nicht. Doch auf jeden Fall ist der Kerl ein genialer Geldfälscher. Er besitzt hervorragende Druckplatten, mit denen man Geld pressen kann. Aber er macht sich nie selbst die Finger schmutzig. Die Drecksarbeit lässt er andere machen. Und damals war ich einer seiner Helfer. Als wir das ganze Falschgeld verteilt hatten, da hat er einen Bluthund auf uns losgelassen. Die Bestie war darauf trainiert, zu töten. Sie sollte uns beseitigen, damit er nicht teilen musste. Seit damals habe ich die Narben und meine zertrümmerte Nase. Ich wurde von der Polizei gefasst und habe meine Strafe im Gefängnis abgesessen. Der Boss konnte natürlich entkommen. Aber ich habe mir geschworen, ihn eines Tages zu fassen und zu entlarven. Sie dürfen sich nicht so anstrengen. Aber ich will und muss dir alles sagen. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, habe ich die Seiten gewechselt. Ich wurde Privatdetektiv. Ein Gedanke war aber stets in meinem Kopf. Ich wollte meinen ehemaligen Boss aufspüren und seine Machenschaften auffliegen lassen. Verbindungen zur Unterwelt unterhalte ich bis zum heutigen Tag, da sie oft sehr nützlich sein können. Und von meinen Informanten habe ich auch erfahren, dass der Geldfälscherkönig, wie er genannt wird, sein neuestes Ding in Graz drehen will. Ich konnte mich einschleusen und habe bald seinen teuflischen Plan erfahren. Was ist das für ein Plan? Fredo. Das ist der kleine Mann mit dem schwarzen Spitzbart. Er ist nicht nur Hellseher, sondern auch Hypnotiseur. Fredo hat in Indien eine ganz besondere Art der Hypnose erlernt. Fredo kann jedem Menschen Befehle erteilen, die dieser sofort ausführen muss. Die Leute werden willenlos und haben keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Unter all den Männern und Frauen, die in seine Bude auf dem Rummelplatz gekommen sind, hat sich Fredo einige ausgesucht. Er hat sie gefragt, ob sie in der Nähe des Schlossbergs zu Hause sind. War die Antwort ja, wurden sie von ihm hypnotisiert. In Hypnose hat er sie dann zu perfekten Tresorknackern ausgebildet. Er kennt einfach alle Möglichkeiten, eine Alarmanlage außer Betrieb zu setzen und eine Bank zu knacken. Hat er... hat er auch mich hypnotisiert? Damals bei der Tierpension? Ja. Er hat dir eingeredet, dass du dich von nun an immer in der Fahr begeben sollst. Aber wie hat er die vielen Leute dann gesteuert? Und was ist mit den 13 Uhr-Schlägen? Fredo hat den Leuten eingetrichtert. Wenn die Glocke auf dem Schlossberg in Graz 13 Mal schlägt, holen sie aus dem Kastenwagen bei der Tierpension einen Koffer mit Falschgeld und brechen in eine Bank ein. Dort tauschen sie die Blüten gegen echte Banknoten. Ich verstehe. Ich habe die Turmur 13 Mal schlagen lassen. Ich habe auch die falsche Schallplatte in die Volksmusik-Sendung eingeschmuggelt. Das waren alles geheime Befehle an die hypnotisierten Leute. Auch die Hubtöne des Lautsprecherwagens. Ein genialer Plan. Unschuldige Leute wie Karl-Heinz erledigen die Dreckarbeit und werden sie geschnappt, haben sie von nichts eine Ahnung. So ist es. Gehört dieser Herr Sechser zu den Gaunern? Nein. Auch er ist hypnotisiert. Aber wie kann diese Hypnose wieder aufgehoben werden? Mädchen, in Fredos Wohnwagen ist ein Buch. Da steht drin, wie man dich und die anderen von den Hypnose-Befehlen befreien kann. Ich werde gleich morgen nachschauen. Mein Name ist übrigens Bauer. Artur Bauer. Artur Bauer. Dann gibt sie noch der Schlag. In der Aufregung haben wir auf etwas vergessen. Der Kopf der Bande ist noch immer frei. Richtig. Der schwarze Mönch. Wenn er wieder entkommen kann, dann kann er bald eine neue Geldfälsche-Bande aufziehen. Und wer weiß, was ihm dann einfällt. Lilo. Ja. Hat er nicht gesagt, wie er fliehen will? Hat er. Aber ich habe es nicht verstanden. Er will nach Jugoslawien. Dann werde ich sofort die Polizei verständigen. Die Grenzposten müssen alarmiert werden. Ich glaube, wir legen uns jetzt besser hin. Eigentlich wollte ich mit euch morgen zu dem großen internationalen Ballonfahrertreffen gehen. Aber wir werden wohl verschlafen. Ballonfahrertreffen? Das ist es. Der schwarze Mönch hat gesagt, der Wind muss günstig sein. Vielleicht flieht er mit einem Ballon. Ja. Lilos Verdacht war richtig. Und der Polizei gelang ein sensationeller Schlag. Die Verhaftung des schwarzen Mönches. Am Abend dieses Tages ging es rund im Hause Monowitsch. Das Fernsehen war gekommen und außerdem stellten vier Zeitungsreporter den Kindern gleichzeitig ihre Fragen. Die Knickerbocker wurden als Meisterdetektive gefeiert. Später, als wieder Ruhe eingekehrt war, saßen alle auf der Terrasse und Poppys Mutter wollte nun endlich ein paar Sachen genau wissen. Ihr seid echt spitze. Auch wenn ihr mich viele Nerven kostet. Haha, finden wir auch. Aber jetzt sagt mir endlich, wer dieser schwarze Mönch war. Niemand anderer als Herr Sechser, der Besitzer der Tierpension. Was? Aber, aber ich dachte, er war auch eines dieser hypnotisierten Opfer. Das hat er alles nur gespielt. Er hat in der Maske des schwarzen Mönches Fredo den Auftrag erteilt, Herrn Sechser zu hypnotisieren. Fredo hat es auch getan, oder besser gesagt, hat versucht, das zu tun. Herr Sechser wusste sich davor zu schützen und hat die Wirkung der Hypnose nur vorgespielt. Durch diesen Trick konnte er ständig verfolgen, ob auch alles nach Plan lief. Die anderen Gauner waren ja meistens in seinem Hof. Eigentlich hätte ich schon früher darauf kommen können, dass dieser komische Tierpfleger nicht Astral ist. Als ich ihn in der Nacht aus dem Bett geklingelt habe, da hat er von zwei Schlaftabletten geredet, die er angeblich geschluckt hat. Wieso hat er dann mein Klingeln, aber nicht das Bellen gehört? Richtig, Lieselotte. Puffy, bin ich froh, dass es dir kein Schmuggelhund geworden ist. Aber sagt... Ja, Karl-Heinz? Sagt, werde ich jetzt jedes Mal eine Bank ausrauben, wenn ich zufällig 13 Uhrenschläge höre? Nein. Du und ich und alle anderen Hypnose-Gauner werden von der Hypnose befreit. Die Polizei hat das Buch gefunden, in dem steht, wie es gemacht wird. Da bin ich ja froh. Naja, damit ist dieser Fall wohl zu Ende. Oh, ich hoffe für meine Nerven, dass das überhaupt euer letztes Abenteuer dieser Art war. Mami, ich verspreche dir, das war der letzte Fall, in den wir uns eingemischt haben. Was? Für heute. Alles, alles, was hat es funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020